Yannick Schiemann zeigt sein Liebesglück jetzt ganz offen. Der Schauspieler geht bereits seit einiger Zeit gemeinsam mit seinem Partner Felix Kruck durchs Leben. Lange hält er die Beziehung jedoch geheim. Im Dezember wagt der 29-Jährige einen ersten Schritt. Er stellt seinen Fans Felix als den Mann an seiner Seite vor. Für Yannick steckt dahinter auch eine Message. Es macht mich wütend und traurig, dass vielen Schauspielerinnen und Schauspielern noch immer davon abgeraten wird, diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen. Felix begleitet ihn daraufhin zwar zu Events, über den roten Teppich geht Yannick aber immer alleine. Mitte Oktober stellt Yannick in Cannes sein neuestes Projekt vor, die Serie Sissy. Doch auch auf dem Red Carpet gibt es bei dieser Gelegenheit eine Premiere. Yannick und Felix stellen sich Hand in Hand den Fotografen. Wie viel ihm dieser Moment bedeutet, verrät der High-Society-Star jetzt im Promi-Flash-Interview. Also natürlich hat es uns auf eine Art noch ein stärkeres Fundament gegeben. Aber es hat sich in der Art, wie wir unsere Beziehungen leben, nichts verändert. Ich bin auch vorher mit ihm schon Hand in Hand durch die Stadt gelaufen. Aber es ist natürlich jetzt alles sehr viel freier. Und diese Freiheit genießen Yannick und Felix sichtlich. Verliebt schauen die zwei sich mitten im Blitzlichtgewitter in die Augen. Ein Lebensgefühl, dem offenbar auch Tatort-Kommissar Wladimir Burlakow mehr Raum geben möchte. Der Schauspieler präsentiert auf dem Event Fans und Fotografen jetzt seinen Lebensgefährten Martin. Eine Entscheidung, die Yannick wahnsinnig freut. Das bedeutet tatsächlich alles für mich und ich bin so stolz auf Ladi, dass er das gemacht hat und ich freue mich so für ihn. Und es ist einfach wichtig, dass wir das traditionelle Bild eines Liebespaares verändern. Weil es besteht schon lange nicht mehr aus einem Mann und einer Frau. Und es ist wichtig, dass es an Abenden wie heute passiert bei The Gentleman of the Year. Auch Jochen Schropp ist begeistert von der mutigen Red Carpet-Premiere. Der Moderator outet sich selbst vor drei Jahren und ist mittlerweile sogar verlobt. Mit auf den roten Teppich will sein zukünftiger aber bisher nicht. Umso mehr freut sich Jochen an diesem Abend für Wladimir. Aber ich bin wahnsinnig stolz auf Wladimir. Ich finde das so, so toll, weil dieses Gespräch haben wir vor, jetzt muss ich mal überlegen, vor fast zwei Jahren haben wir dieses Gespräch geführt. Und dass er das jetzt gemacht hat und dass er das einfach so en passant macht, finde ich bewundernswert. Also ich ziehe meinen Hut vor ihm. All der Mut scheint belohnt zu werden, wenn man Yannick und Wladimir mit ihren Partnern auf dem Teppich sieht. Die beiden Paare strahlen um die Wette und freuen sich offenbar, ihr Glück teilen zu können. Denn Yannick scheint es zu genießen, den roten Teppich nicht mehr für sich allein zu haben. Seine Fans dürfen sich also sicherlich auf viele weitere Carpet-Momente freuen.